Mein Name ist Jakob Hafele, ich bin in einem Familienunternehmen aufgewachsen und probiere unsere Catering-Firma auch wie einen Familienbetrieb weiterzuführen. 1932 ist die Firma Hafele gegründet worden, damals als Metzgerei und das war mein Opa. Damals sind die Schlangen ausgestanden bis auf die Straßen, wo es Knädelsuppen gegeben hat und Fleischkörsemmeln, also die Leute sind alle da zum Hafele gegangen und haben da diese Imbissstube gestürmt eigentlich und es waren die goldenen Jahre des Metzgers. Es wird immer mehr frisch gekocht, man probiert frische Kräuter mit einzubieten, man probiert regional anzubieten. Es arbeiten bei uns in der Küche auch sehr viele Bäuerinnen von der Umgebung, die auch ihre Rezepte und ihr Wissen mit einbringen und das glaube ich macht es aus. Das Besondere am Hafele Catering ist die Ehrlichkeit im Angebot, die Ehrlichkeit in der Abrechnung und auch bei den Speisen. Qualität ist bei uns in der Firma sicher das A und O. Jedes Produkt, wo ich schon einmal Qualität einkaufe, kann ich schon immer viel falsch machen. Qualität bezieht sich aber nicht immer nur auf jetzt die Produkte, was man kauft, sondern auch im Service, in der Küche. Ein gut ausgebildeter Koch, der weiß, wie man mit einem Produkt umgeht, einen freundlichen Service, nicht nur einen vorgespielten freundlichen Service. Das geht von oben nach unten. Ich probiere mit Qualität anzubieten, ich probiere ehrlich anzubieten und so muss es bis zum Letzten eigentlich durchgehen. Ich bin in Tirol aufgewachsen. Ich glaube, dass sich das in einem Betrieb überträgt in dem Sinn, dass man eben auf regionale Produkte baut und dass man regionale Wirtschaft unterstützt, das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Die Herausforderung beim Catering ist, es ist einfach komplett anders wie die normale Gastronomie. Das Fest oder das Event wird von Anfang an von uns mitgestaltet. Man hat einen großen Einfluss, ob das Event funktioniert oder nicht. Ich bin der Peter, ich bin die rechte Hand vom Jakob. Der Jakob ist jetzt eigentlich der letzte richtige Hafele in der Firma, aber auch wenn wir nicht alle verwandt sind miteinander, dann steht im Handy trotzdem drin Hafele Lukas und Hafele Anja und Hafele, ich weiß nicht wie, obwohl eigentlich keine Hafele heißt, aber irgendwie sind wir halt trotzdem alle Teil davon. Wir machen zwar sehr renommierte Veranstaltungen, aber eigentlich machen wir alles. Vom Studentenfest, wo es nur belegte Brötchen gibt, bis eben zur Präsidentengala haben wir alles schon gemacht. Ganz wichtig für mich sind die Mitarbeiter, denen muss es gut gehen, weil der einzelne Servicemitarbeiter hat dann mit dem Gast bzw. mit den Gästen zu tun. Das war es der Kunde zu schätzen und deshalb gibt es uns, glaube ich, schon so lange. Der Umgang mit Lebensmitteln, das ist das, was mich mit meinem Vater und mit meinem Opa verbindet. Und ich bin eigentlich sehr stolz auf die Firma und auch auf meine Mitarbeiter. Von mir aus kann es in den nächsten Jahren so weitergehen. Also, ich bin jetzt ein paar Commenheitsaktions Partner mit einempped点 Workshop mit dem Fernstech Verétatzt und der Kunde Hohenbakerouphuls. glucose主eren philanthropist wird. Und ich bin eigentlich sehr stolz auf dieessa Fühle. Und ich bin mehrmals Pohlen die Märia cool pleasured Kobeination, In der��세요seite ist, wenn ich das Begehäude. Du wirst unter politics gerecht. Und ja, dass es dieements Kirchanfall mit dem Kunde aber immer erinnert. Vielen Dank.